hallo sammelfreunde seid willkommen zu diesem neuen collectors video mit der zweiten von den beiden megatins aus der soo tour eva nations league finals magitex 101 trading card kollektion von tops und das ist wie ihr schon schön im bild sehen könnt die silver warrior megatin die genau wie die andere der beiden megatins 56 karten beinhaltet dazu gibt es drei gold limited edition card und eine exklusive world class warrior limited edition card die man nur in dieser megatit findet dazu gibt es und das das besondere an diesen megatins die chance auf relic karten das seht ihr am unteren rand weiterhin hat man natürlich die möglichkeit genau wie aus den normalen päckchen die besonderen karten der kollektion zu ziehen parallels chrome shield karten und ultra seltene autogramm karten und hier hinten sieht es auch noch mal als hinweis die rally card befinden sich in jeder 32 dieser megatins preis für eine solche megatin 12 euro 99 und jetzt schauen wir direkt mal rein und versuchen erstmal diese silbergraue megatin aus unserer verpackung zu befreien und nachdem wir sie draußen haben sehen wir zahlreiche top stars in ihren nationaltrikots sofern sich tops die vollständige lizenz dafür sichern konnte denn ihr seht schon ein bisschen bei serge gnabry den man so leicht im hintergrund versteckt hat für deutschland gibt es beispielsweise keine vollständige lizenz und daher die spieler nur in einem solch schwarzen neutralen trikot abgebildet so wir finden wieder drei vorgepackte päckchen in unserer box bedeutet wohl leider auch dass ich euch keine der valley karten zeigen kann denn ich gehe mal davon aus dass sonst ein viertes päckchen drin gewesen wäre aber es gibt auf jeden fall genug karten zu entdecken und wir beginnen direkt mal mit unserem ersten berg und finden darin kiran tierney für das team aus schottland dann jan bettnarek dann haben wir costa smikas die orban für die ungarn war die ratta timo pukki seate kolasinac elvin mcguire shakiri sarabia dann geht es weiter mit nikola milenkovitsch dries mertens matteo pezzina für italien liam walker marik hamschik mohamed eljonussi anzu fati für spanien granit shaka und da haben wir tatsächlich eine dieser seltenen chrome shield karten im päckchen und die ist von keinem gewinnigen als dem nachwuchs star der spanier nämlich petri und diese chrome shield karten in der kollektion wie ich finde richtig schick geworden ich nehme mal die restlichen karten unten drunter weg so dass man das auch noch ein bisschen besser sehen kann toller rollo effekt im hintergrund und diese ausgestanzte form macht natürlich einiges her sieht auch so ein bisschen aus wie so ein kleiner aufsteller und auf der rückseite ihr könnt sehen nochmal text zum jeweiligen spieler und was nicht ganz so schön ist und das seht ihr vielleicht wenn sich das spiegelt hier oben ist schon eine richtige ecke reingestanzt wo auch immer die herkommt das ist natürlich ein bisschen ärgerlich da zieht man so eine tolle karte und dann hat die von hinten so eine deutliche macke schon drin aber wir machen erstmal weiter finden im päckchen noch eine crystal parallel dies von jordan henderson vom englischen nationalteam dann geht es weiter mit der special karte von ferran torres platz 49 des tops index mason mount auf platz 40 dann haben anton griesmann platz 25 noch eine parallel diesmal eine green parallel und die ist von jack grealish auf platz 20 und dann kommen wir zu den höherwertigen special karten und treffen da direkt berlin haaland aus dem team der norweger und ihr seht es auf diesen höherwertigen special karts noch mal so ein schönes lasermuster in den hintergrund eingearbeitet und earning haaland auf platz 4 des tops index gelandet der ich habe es im anderen video ja schon gesagt auf daten beruht die schon eine ganze weile her sind heute würde das ganze sicherlich anders aussehen nächste karte kommt von josef demir als young player to watch der leider auch so ein bisschen in der versenkung verschont inzwischen dann haben wir heavy king auf platz 9 des tops index und das war unser erstes päckchen so weiter geht es mit dem zweiten und matthew kovacic dann haben wir thomas waschlik adams dann eine der durchaus begehrten karten aus dieser kollektion auch wenn es so eine base karte ist aber es ist auf jeden fall eine seiner ersten und daher gibt es da durchaus eine nachfrage für von quarts klia dem shooting star des ssc neapel hier im tricot seines heimatverbandes georgien die legen wir uns auch direkt mal raus dann haben wir mette dorthy für ihr land muriki stuart dallas basek jan als internationalist da ist seit hüsey miri demiral potorris mark andre terstegen für das deutsche team dann geht es weiter mit jürgen thielemanns sie waren perisic hf elmas heuberg jiko damian dami olmo alexander isaac und dann sind wir bei den special karten angekommen beginnen mit einer christian parallel von marika mschick dann geht es weiter mit hakan shana logo auf platz 48 des tops index gefolgt von emmerich laporte platz 37 dann haben wir es binazola auf platz 41 und dann geht es mit den höheren plätzen weiter jorginho auf platz 6 rein grafenberg als young player to watch und wir haben platz nummer eins im päckchen robert lewandowski der sich in dieser kollektion die krone des tops index gesichert hat so eine weitere parallel haben wir auch noch ein päckchen mit virtual van dijk als purple parallel und das waren sie die 56 karten aus diesen beiden päckchen bleibt noch das kleine päckchen mit den limited edition kraft wollen wir mal schauen wie wir dazu finden zunächst haben wir die world class war wir limited edition card von virtual van dijk die es wie gesagt nur exklusiv in dieser megatin gibt dann kommen die gold limited edition cards mit romolo lukaku für das team aus belgien robert lewandowski für die polen und unsere dritte gold limited edition card ist von gareth bale für das team aus waits ja und damit setzen wir durch mit dieser silver warrior megatin die uns wie ich finde ein richtig tolles ergebnis geliefert hat durch diese chrome schild karte von petri wehrmutz tropfen und ihr habt gesehen dass sie von hinten schon so aussieht als hätte jemand drauf rum gekaut und das ist gerade bei den karten die ohnehin so selten sind dann natürlich ein besonderes ergernis euren eindruck zu dieser silver warrior megatin jetzt gerne unten ins kommentarfeld lasst darüber hinaus gerne noch like und abo da und dann sehen wir uns zum nächsten video wieder bis dann macht's gut tschüss